Hallo Kameraden, willkommen bei Let's PvP in Star Wars World Public. Ich spiele mal wieder meinen Saboteur. Alright, ich bin Heiler. Der läuft mir aus der Sicht. Ne, wird aufgehalten. Kommt mir ganz zugelegen. Oh, da wird einer abgeschlachtet. Ich muss hier ganz schön... Ich benevisiere. Hey, lass mich an der Ruhe. Ich muss hier... H-O-E. Ich glaube, H-O-E ist der richtige Begriff. Jetzt mal aus der Sichtweite mich hier drängen, dass die mich in Ruhe lassen. Bleibt da, bleibt da. Jawohl. Der da. Der ist nicht in Sicht. Der, der, der da. Den wollte ich eigentlich. Der ist aber tot. So, ich muss besonnen. Fallballer. Ja, der ist von Asterix und Obelix. So, H-O-E drauf. Bleibt da, die Krieglocken. Ja, der da. Wenn ich Sonden auf mir drauf habe, dann habe ich eine Schadensreduktion von 3%. Das kann man so einstellen. Oh, der ist drückschöße. Das kann man so einstellen. In den Funktionspunkten. So, die sind so wenig, deswegen renne ich jetzt mal rüber. Das ist mein erstes Spiel heute. Denton ist einer. Guck mal. Shit, den kriege ich wieder mit mir. Ich hau ab. Achtung. Unautorisierte Waffen. Ah, da hat keiner aufgepasst. Das war ja klar. Ah, Mann, Leute. Eieieiei. 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 So. Nur wieder Sonder auf mich drauf. Ich muss mir ein paar Sachen runternehmen. Und im Laufen kann ich ja zum Glück auch heilen. Noch bin ich kein High Level. Deswegen habe ich noch nicht diese tolle Fähigkeit, wenn ich den Stim einsetze, dass ich dann sofort eine große Heilung rausanke. Das habe ich halt noch nicht. Das sollte mich aber nicht daran hinhalten. Oh, die sind durchgekommen. So, da ist aber einer unsichtbar gewesen. Das habe ich vorhin gesehen. Deswegen, oh, hoch. Renn ich rüber. Ja. Yakuza, die sind in der Gilde hier. Mindestens zwei habe ich gesehen. Wir wünschen euch auch drei. So. Hier haue ich die Heilung drauf. Tapp da einer. Könnt ihr euch nur gut aus vorstellen, wenn alle stehen und keiner passt auf. Lupus. Lupus ist irgendwie wolfsmäßig, ne? Da ist nur einer. Dann bleibe ich hier. Bei Fallballa. Fallballa ist die... der Schwarm von Obelix. In den Comics. Ich weiß gar nicht, wie ihr Freund heißt. Oder richtiger. Target Comics, heißt der so? Ich glaube, ja. Ich bin mir nicht sicher. So, Lupus. Lupus, Lupus. Schluss. So, nein. Ein Fallballa. Ein Lupus wieder. Hier kommt. Große Heilung. Ich bin ja auch noch hier. Zum schadigen Fallballa. Hier haben wir noch eine Sonne in der Mitte. Hätte ich fast gesagt. Äh, Lupus ist irgendwie mit. Eigentlich ist ich auch. So, ich muss nicht mal mein... Mein Ding ziehen. Und abhauen. So, Lupus kann da bleiben. Und ich kann mich selbst hochheilen. Und dann soll er sich auf seine anderen Sorgen konzentrieren. Und noch mal. Ist das noch einer? Sieht fast so aus, ja. Bleibst weg. So, ich glaube, da hin. Der könnte Heilung gebrauchen. So, weißt du, wisst ihr, was das Tolle ist? Das hier. Da, 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 da. Das ist die neue Fähigkeit. Können wir gehen. Da kann ich zu einem Verbündeten oder einem Feindlichen ziehen springen. Das war... Das hat mich schon mal so den Arsch gerettet. Ähm. Oder da konnte ich die Leute ganz gut verarschen, sag ich mal so. Das war in einem alldereren Spiel. Da bin ich zu den Freunden immer hin und her gesprungen, weil mich die ganze Zeit immer so Wächter im Visier hatten. Und dann bin ich immer hin und her gesprungen. Und dann konnten die Mädchen... Oh, da sieht es gar nicht mal so gut aus. Da ist einer unsichtbar gewesen. So, dann kann er nicht mehr aus dem Prinz heraus was machen. Jakusa! So, ich muss mir die Sonden wiedergeben. Oh, der Kollege. Ist tot, dann kriege ich der. Was ich nicht hab... Der muss verleben. Oh, der Landländer. Ein bisschen was runternehmen. Was geht. Da ist wieder Lupus. Äh, heilig. Ich hole mein Boss-Ei-Boss. So, ich muss aber auf meine Elf draufpassen. Ihr seid unschlagbar. Ich bin unschlagbar. Man ist vorbei als Verteidiger. Der Erste, der nicht sein müssen, aber ansonsten ist ganz, ganz gut gewesen eigentlich. So, jetzt muss ich noch die Fahrten, bis der Dot immer ausläuft. Das ist scheiße, dass der Dot immer noch läuft, wenn man hier wieder zurückgeworfen wird in den Spawn. Das müssten die irgendwie so machen, dass das halt nicht so ist. Dass, ähm, dass das verschwindet. So. Eins, zwei, drei. Drei von den Jakusa. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, ist, dass der, die, das... Ja, mach ich sogar. In letzter Zeit werde ich öfter angesprochen. Gesprochen, tack. Der Fallballer ist unsichtbar. Aber ich kann nicht hin, weil der Kollege da aufpasst. Da, 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 da. Ups, da, 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 zum Feind und will sich dann heilen? Das ist ja seltsam. Das ist ein sehr seltsames Verhalten. Dann kann ich da auch nicht halten. Ja, will ich meine Sachen lieber hier halten. Ich habe, das kann ich ja verkünden, jetzt wo ich hier Hexer sehe. Ich habe meinen Heilrekord überboten. Und zwar um 1,3 Millionen. Ich habe gestern mit meiner Heilerin, Jedi-Heilerin, hier auf T3, die noch keiner kennt, oder schon kennt, nur hat nur einen Namen. Geheilt. 3,3 von ein bisschen Millionen Heilung, alter. Ich habe auch ein Foto gemacht. Du weißt, Foto habe ich auch. Da hast du mal Screenshot or that didn't happen, weil glaubt ja keiner an mir mehr. Deswegen habe ich auch ein Foto gemacht. Ziemlich cool, ey. Allerdings war ich nicht der Beste. Da war noch einer, der hat 4 Millionen Heilung gemacht, alter. Ich weiß gar nicht, wie der das hingemacht hat. Wir waren drei, wir waren irgendwie drei Heilerin. Einer hat 2 Millionen gemacht, ich habe 3 Millionen gemacht, also wie viel, so in der Größenordnung, sage ich mal. Und das war, das war heftig. Das war sowas von heftig. Äh, was willst du denn? Ich habe ein Schutzschild an. So. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir jetzt besser gewesen sind oder nicht. Das kann ich gar nicht sagen. Ausgezeichnet. Überdrücken Sie den Reaktorkernschacht und platzieren Sie Sprengsätze an einer der Türen. Passen Sie auf, dass der Fall Sie nicht entschärft. Narkusa, Heilung. So. So. So eine H.O.E. Die müsste auch A.O.E. heißen, aber A.O.E. heißt nur Area of Effect. Das heißt ja nicht, dass da nur Damage ist. So. Da ich mich noch bewegen kann, sind wir schlechter. Wir müssen also durchkommen. So. Ich verliege gleich wieder mein Unsichtbar. Guck, guck. Nehmen wir mal alles runter von mir. Also ein Dot. Das ist ein Dot-Jugger-Not. Könnte auch ein recht, ehrlich gesagt. Ging es sein. So. Hier war einer ziemlich in Bedrängnis. Oh, da wächst es. Und Lupus wieder. Na. Haben Sie sich mit der Wochen. Solche Schweine aber auch. So was kann man auch ganz gut unterbrechen. Solche Dots. Durch einen Unsichtbar machen. Da muss man halt immer aufpassen. Oder muss man abwägen. Vielleicht muss man ja verschwindibussen. Hier ist es nicht so, dass ich extrem schnell runtergefokust werde. Deswegen kann ich das machen, dass ich... Ähm... Ja, das sieht ganz gut aus. Aber ich glaube, dass nicht, dass er es schaffen wird. So, hier den. Boxes. Wurst kriegt wieder einen drauf. Boxes. Achtung! Unautorisierte Waffen entdeckt. Sehr gut. Jetzt müssen wir noch irgendwie... Nein, die entschärfen. Nein! Nee, doch nicht. Nein, jetzt will ich nicht mehr sterben. Ei, ei, ei. Herunterladen, abgeschlossen. Imperiale Truppen haben den Datenkern gesichert. Abschaltung eingeleitet. Wow, wie viel habe ich? Zwei Millionen. Fast so viel wie der Hexer. Nur 300.000 hat der Hexer mehr. Weil ich hin und her gesprungen bin. Wow, cool oder was? Geil. 2,6 HBS. Gut, das war dieses Spiel für heute. Ja, für heute. Und wir sehen uns dann in dem nächsten Spiel. Mal gucken, vielleicht wenn der hier mal 65 ist. Dann zeige ich denen dann nochmal. Bis dann. Ciao. Bitte. Vielen Dank.